piqué die niester der linie hat er ohnehin seine stärken den hat er super rausgeholt er hat weiter eine weiße weste klasse keeper leistung herrlich gemacht er sucht den abschluss die mannschaftskameraden sind auch nicht gut drauf aber unser torwart der schießt hier verunsicherung nur und ich glaube der gute mann wird den abschiff er bei sehnen und noch einer oben drauf und ein schlecht und diese verunsicherung verunsicherung